Die Live-Ziehung der Lottozahlen. Nur auf lotto.de Hallöchen und da sind wir. Ja, heute mal im Moment über haben wir wieder einen schönen Doppeljackpot. Ach, was sag ich, einen Trippeljackpot. Dazu gleich mehr. Wir starten. Ich drücke die Däumchen und sage, zieh hoch rein. Ja, da am Samstag kein Tipper einen Super-Sechser hatte, wächst unser Jackpot schön weiter an und zwar zu schönen 5 Millionen Euro. Wie beruhigt. Und hier ist unsere erste Kugel und das ist die 31. Ja, und zusätzlich hatte auch niemand unsere schönen, einfachen Sechser-Lottozahlen vom Samstag. Hier also auch nochmal. 3 Millionen Euro drin. So, Kugel Nummer 2 ist die 16. Glück also für alle, die heute mit dabei sind. Der erste Gewinnrang ist zu haben, der zweite Gewinnrang ist zu haben. Moment mal, da erinnere ich mich doch an was. Das war letzte Woche ganz genau so. Kugel Nummer 3 ist die 15. Erinnern Sie sich vielleicht, letzte Woche hat der eine Tipper aus Hessen sicherheitshalber den ersten und zweiten Gewinnrang einfach für sich alleine abgeräumt. Vielleicht schaffen Sie das heute auch. Kugel Nummer 4 ist die 47. Ja, und was ist nun mit dem Trippeljackpot? Fragen Sie vielleicht. Ich habe noch eine Million versteckt und zwar beim Spiel 77. Sehr schön, so habe ich das gerne. Kugel Nummer 5 ist die 42. Also zusammengerechnet heute sind es 9 Millionen Euro. Millionen zusammenrechnen kann ich. Ich bin gespannt, was Sie draus machen. Kugel Nummer 6 ist auch da. Das ist die 45. So, hier liegen Sie in ganzer Pracht unsere 6 glücksverheißene Kugel von heute. Ja, und wer natürlich noch ein Gewinn verzeihen möchte, der braucht diese hier. Und die ziehen wir jetzt. Ich drücke nochmal die Daumen und sage, ziehe ich frei. Fassen wir nochmal für uns ganz kurz zusammen. 5 Millionen im ersten Gewinnrang, eine Million im zweiten und nochmal eine Million beim Knie 77. Schauen wir mal, was Sie daraus machen. Liebe Tipperinnen und Tipper, und hier ist unsere Superzahl, ist heute die 2. So, dann schauen wir uns unsere eben gezogenen Zahlen gemeinsam in der Übersicht an. Zum Mitschreiben, hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 15, 16, 31, 42, 45, 47 und die Superzahl ist die 2. Jetzt kommt jetzt die Zahlenreihe der Super 6, 9, 1, 4, 3, 1, 8 und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel. 77, heute 1 Millionen Euro wert, 3, 7, 1, 7, 8, 4, 4. Menschen, das sind immer schöne Zahlen. Meine lieben Tipperinnen und Tipper, schön, dass Sie bei uns sind. Alle Zahlenquoten gibt es natürlich morgen früh auf dem Lotto. Die lieben einen schönen Abend, bis ganz da. Tschüss. grounds Vielen Dank.